Anna, dein Buch? Schon wieder vergessen. Haben Sie das vorhin kopiert? Ja, das habe ich kopiert. Unsere Schule hat nämlich ein neues Kopiergerät. Der Hausmeister. Versteck dich. Was ist denn hier los? Oh, hey. Weißt du, was passiert ist? Was? Ich glaube, Kopi hat mich kopiert. Kopiert? Pass auf, dass sich keiner sieht. Ich bin auf jeden Fall das Original. Woher willst denn du das wissen? Uppsala! Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal.